recht herzlich willkommen zur 69 folge von europa universales 4 mit england ja wir sind im mit holen elsaß und werden und lüttich und wir sind unten ja in ferrara und ja dann wollen wir mal schauen was ist jetzt hier 38 einheiten sind da wenn wir mal unsere truppen auslassen weiterlaufen wo marschieren denn die in der kriegsgrund gegen lübeck marschieren wir mal hinterher denke ich gehen wir mal hier rein gucken was wir da noch machen können dass das kriegsgrund wir haben ein handelsgesund wegen lübeck ok warum ist denn die leertaste nicht mehr weiter war doch sonst immer so oder naja geht nicht mehr keine ahnung warum aber ist so wir stehen hier unten wer steht da und sammelt sich hier gerade ist jetzt nicht so gut okay die erwischen wir noch aber dann marschieren auch andere rein super jetzt müsste ferrara da sein aber die sind nicht da 108 leute waren da gerade habt ihr das gesehen das war es dann das war litauern und polen meine güte was haben die für armeen 111 ok wo sind wir aufgelöst oder sehe ich dass ich glaube wir uns komplett geschlagen das ist schade ja gucken wir mal gerade rein ich glaube sie alle weg eine einheit irgendwo gut dann müssen wir wieder neue ausheben gucken so viele haben wir nicht mehr 18 mann noch und die kommt da jetzt oder was dann müssen wir damit damit immer die alle aus so das war es keine mann stärke mehr ja schiffe blockieren da alles schön ja mal gucken dass wir wieder einheiten bekommen die sind schon da weiter sammeln hier haben wir noch ein paar sachen das mal gerade hier gucken ok wo sind die reglemente nehmen wir das eher mit dann ist das nämlich weg jetzt sind wir hier freie ideen gruppe oder wie ist das ok das machen wir aber jetzt gerade nicht die kommen alle da hin und dann einnehmen wir die jetzt ist der eine auch noch da ok jetzt sind sie zusammen und dann lass uns mal darüber setzen so gut ist das nicht aber wir müssen mal was machen müssten wir einen rauskicken hier elsa zum beispiel die machen ferrera macht das schon richtig ne besitzen unsere leute über wo wir hier noch ein pferdchen war und in london können wir noch ein normaler truppe machen das wird ein bisschen mannstärke kriegen 22 stehen da okay das mal hier verteidiger des glaubens können wir was investieren das ist jetzt keine zeit dafür war da würde ich sagen ich denke mal schon darüber und die kommen war ich auch dran so hier haben wir keinen anführer drunter wir haben wir keinen anführer kann das sein ok da rücken wir noch rein dann müssen wir mal einen ausheben wo ist denn der warte mal gerade pause das muss ich erst klären ja wir haben ein general ach den kann ich jetzt nicht hinzufügen wenn ich auf eigenem land sind kann das sein gut dann haben wir hier noch eine kanone bei dass wir weiterlaufen ist ihm so weiß ich jetzt gar nicht wir werden es gleich sehen ok wir haben das da unten besetzt super herrara schafft das da haben sie es auch schon geschafft ok dann müssten wir hier auch mal was schaffen wo ist ferrara jetzt hin ok wo rund müssten wir mal besetzen es kommen hier 40 leute die uns jetzt dann da platt machen oder wie sehe ich das ja das war es da ging hier überhaupt keine chance ne komplett aufgeregt ist kein mann drauf oder komplett aufgeregt weil wir kein general dran hatten super läuft 6000 mann können wir wieder rekrutieren gerade eine kanone haben wir noch eine zweite noch zwei pferdchen dabei und den rest machen wir mit fußsoldaten dumm gelaufen ne aber selbst wenn ein general da drinnen gehabt hätten das auch nichts gebracht ok das wird befreit ferrara kommt wieder angelaufen ja da kommen die anderen einheiten auch noch mal 1000 mann ja da sind ein paar leutchen aber auch nicht viele kommt schon achtausen mann wieder eine tja ich würde die mal übersetzen um einfach nur 1000 leute hier mal anzugreifen und natürlich zum übersetzen ewig ne machen die da so lange kommt jetzt 7000 und wir von dir das ding ganz locker die haben auch 10 grad zusammen gekriegt du glaubst es nicht oder und erledigt aber wir ziehen mal hier unten durch jetzt ok nicht alle verloren aber buch und rennt hier unten rum ferrara ist da ok kriegen wir da wieder mann stärker an das ist die frage ne ja frieden geschlossen wie ist das ausgegangen bergräder antwerpen und werbe an durch ab bergräder antwerpen und werbe an durch ab ok ja ja wohl auf dann lieber raus aus der geschichte kriegsgrund verloren und hat uns als neuen rivalen wenn man zurück die truppen und in diese technologie investieren ok reichweite handel 20 erhöht mich effizienz weiterlaufen lassen gut ja dann ist das ding schon wieder durch so zu sagen wo sind die truppen jetzt laufen die auch noch mal irgendwann aber die sind fußkrank wahrscheinlich ja das kann jetzt müsste das mal fertig werden hier wie stark sind die denn jetzt hier die haben schon 24 und wo rund 23 ok mutig 24 staatsäger akzeptieren ja ich kann ja genau die vereinen wir und was ist das auch so kommen die agent wurde entdeckt anspruch von gian wo können wir denn jetzt hier warte mal die pausentaste geht ja komischerweise nicht das ist irgendwo weiß ich wohne machen wir ganz einfach ok lesen anspruch von gian und unten hoch fertig und dann geht auch nichts mehr da sind wir hier institutionen fördern sollten wir vielleicht tun wir 960 warum machen wir ok hier haben wir schon minus irgendwie immer hinten dran ja wenn wir einmal durch gerade am britannien krieg erklären ja aber es bringt uns nix holland die skandinavien werden dabei österreich auf der anderen seite also lassen wir das besser ach so den müssen wir noch zurückrufen gut hier können wir noch was machen aber qualitätsinseln offensivideen machen wir mal die ne zack geht auch schon gleich der erste nicht nur das disziplin plus 5 das doch was und der nächste geht auch schon gehen wir noch schneller ok haben wir das gut aber ich würde sagen wir machen erst hier wieder eine pause ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann